Mein Name ist Hong-Hee Dong. Ich bin Detektiv in einer Agentur ohne Konzession. Amüsiert ihr euch gut, he? Ich brauche einen Tag, um mein Ziel zu erreichen. Aber ich habe 20 Jahre nach diesem Mann gesucht. Wenn ihr wollt, könnte ich euren Großvater finden. Mein Großvater ist in Fürsordnung. Wir sind da bei ihm. Wollt ihr ihn finden oder nicht? Aber ich will ihm bloß helfen. Großvater! Großvater! Ich muss ihn zuerst finden. Können wir nicht mitkommen? Der alte Mann weiß alles. Wo ist die Liste? Die Go-Gruppe, das ist die Lösung. Wenn das vorbei ist, entsteht eine neue Welt. Die Go-Gruppe plant ein Massaker. Es ist meine Aufgabe, den Müll wegzuschaffen. Und dabei bin ich in meinem Inneren doch selbst verfault. Beantworte mir eine Frage. Wieso sind die Enkel von Kim Byung-Dook bei dir? Aber sie haben doch gesagt, dass sie unseren Großvater finden. Endlich bist du da, Hong-Heel Dong. Das ist eure Strafe. Ihr habt mich, Hong-Heel Dong, unterschätzt. Und dann wieder aufíz te ab. Wieso? Und dann kommen sie immer an. Und dann kommt sie den Hochschán. Und dann kommen sie dann. Und dann müssen sie das nausea. Vielen Dank.